Mittlerweile C23 R25 aus der Palauf-Hochburg, St. Petersburg und wie versprochen klassisch Don Quixote, das Ganze vom Los Angeles Symphony Orchestra. Oh, da haben sie viel Glück gehabt, beide fast ins Straucheln gekommen. Applaus 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 Klasse Vorstellung, aber doch mit viel Glück. Der Doppelachse war sehr, sehr wackelig. Applaus Da haben sie beide viel Druck auf die Kante ausüben müssen, um das nochmal abzufangen. Ich hoffe die Kollegen von...